Hallo, wiederkommen zu einem neuen Folge von Minecraft, Pau Pau. Und heute ist wieder so weit der Pappi. Hallo zusammen. Isst du mein Fleisch? Wir haben schon einige Sachen gemacht. Wir können sehen, dieser Feld hat auch ich gemacht. Das Bauhaus haben wir gemacht. Das ist ein bisschen komisch, wegen dem Raum. Genau, hier wohnen wir. Ich brauche auch erstmal was zu essen. Ich war... So, was wollen wir dann heute Schönes machen? So, wir haben eine Hex getötetet. Wir haben Heil und Kante bekommen. Aber ich will mit dir, ja, einen Morgen kasten. Hast du Spaß? Äh, nee, aber ein Pfeil. Ja, toll. Ich will mit Zombie-Farbe gehen. Oh, wir können hier das Eisen reinmachen, wo wir geholt haben. So, wir müssen einfach komplett rücken und haben für uns beide. Wenn das nicht reißt, dann müssen wir ein bisschen Eisen suchen. Und dann müssen wir einen Pfeil machen. Was ist eigentlich mit der Höhle jetzt? Äh, äh, hä? Hä? Hä, was hat ich immer mit mir rumgepackt? Ich bin mit Barsch... Irgendwie manchmal einfach... Letztes Mal waren doch da noch so fliegende Dinger? Ähm, Adlers, glaube ich. Ich kenne die. Wir machen für uns beide Rüstung. Wollen Sie erst schlafen gehen? Nein. Ich gehe nicht schlafen. Du gehst nicht schlafen? Nein. Ich habe da hinten eine Spinne gesehen. Soll ich sie mal versuchen zu töten, damit du noch einen Faden hast für deinen Bogen? Ja, dann darf ich den Bogen bauen. Das war meine Idee. Okay. Ah, super! Ah, ich guck mich! Ah, ich guck mich! Alles gut bei dir? Ja. Warte, ich erlebe. Wow. Wow. Er hat mich weggesprengt. Ah, das tut mir leid. Wie war's? Ah! Ah, das tut mir leid. wir sind dann hier irgendwo ist hier ein spawner sie kommen hier aus der höhle sie kommen aus der höhle ich bin tot ich bin dort meine güte das sichern spawner ich weiß es das sind ganz viele sind noch welche unten drin meinst du auch da sein spawner was ist das ich bin da hinten auf die leute hallo freunde meine güte was ist wo bist du denn gott nee warte mal ich muss ein anderes schwerter meinst du gleich mal kaputt ok ich bin nicht bereit lasst uns loslegen alles gut ok dann machen wir weiter das wird eine harte nach was ich habe einen bogen ich habe ihn selber bekommen da pass auf da hinten ist ein creeper willst du noch feile ich habe noch viel feilen da und schnur habe ich auch noch fahrten brauchst du es auch sonst habe ich dir alles gegeben was ich habe hast du einen hund das noch ein hund ist es deiner ich habe ich habe sechs knochen vielleicht kann ich jetzt vielleicht kann ich auch mal einen hund haben willst du mein freund sein denn bloß alle meine knochen ich weiß es ist mein hund jetzt bleibt hier du musst mir folgen er weiß noch nicht was machen muss was da hinten für ein komischer zombie siehst du den oben beim berg links ich glaube hier ist irgendwo ein spawner damit hier so viele kommen mein hund kann das komm her komm schon wieso macht mein hund nix ich habe meine stiefel wieder gefunden so aber ich glaube hier ist irgendwo sonst was meine schildkröte die hol ich später was ist da oben für ein komisches ding wer schießt denn da auf mich wer schießt denn hier was ist eigentlich mit meinem hund nicht gut voll im po er mich voll im po erwischt das noch einer hier sind noch drei ich muss was essen habe ich noch was essen ich habe eine karotte wie habe ich denn eine karotte bekommen weißt was ich habe eine karotte wenn wir jetzt eine karotte anbauen wächst die und dann haben wir mehr karotten ich mache mal hier unten ein karotten feld ein garten hast du eine hacke ja wo denn ach da hinten stimmt wieso hast du mein geklaut nein ich muss jetzt mal essen ich muss jetzt essen machen was so viel eisenschneuschen da mache ich dir was draus so eine feld, eine feste und schuhe so ich fütter mal mein hund mit gammelfleisch hier frisst das verliebe mit meinem mein hund ist bei der höhle oh soll ich mal kohle rein machen so ich muss über mein zeug in den ofen ich habe so hunger du hast hunger ich gehe dir mal was angeln dann können wir wieder ein bisschen fisch braten gibt es lecker fisch wir brauchen noch ein ofen jetzt sind meine stiefel nass geworden ja aber was wollen wir eigentlich haben wir keinen plan was wir ich dachte wir gehen mal in die höhle ich könnte wir könnten ja eigentlich alles vorbereiten und so rüstung machen und ausrüsten und fackeln und schwerter und pickaxe und dann machen wir das nächste mal eine expedition in die höhle bei bei die zweite folge können wir das machen so ich habe schon zwei fische und ein ein so ein anderer fisch ein kugelfisch und dann braucht man nämlich noch viel essen da muss ich noch ein bisschen fisch fangen und vielleicht noch auf die jagd gehen was war das das ist gut was ist das was ist das nautilus schale ok wie sieht's mit deinem weizen aus dein weizen dein weizen aber da könnten wir vielleicht noch brot backen ich mach es gar nicht guckst du es mal auf mein Feld ja ich fange noch einen Fisch und dann gehe ich schauen ok ich gehe mal schauen ja das sieht schon nicht schlecht aus ich mach es mal vielleicht hier unten ist das gut hier unten ist vielleicht ein besserer platz pflanze ich hier noch ein bisschen weizen an so geh mal weg da was was ich mach es noch von mir in das große und dann mache ich dich nicht so ich mach es noch von mir in das große und dann mache ich dich nicht so ich kann dir für dich nur ein Selfplay fahren ich mache es hier noch nicht so ich kann dir in die Ferse zwischen ganz Völkern ich kommst du jetzt bekommst du ich bin selbst stay okay wir werden noch weiter vorbereiten und sehen uns vielleicht bei der nächsten folge was meinst du bis zum nächsten mal ciao